es ist ein kämmerer hallo ja ich bin der vater von dem udo und wo die sagt jetzt hier auf wir sollen hier mal auf diesem weg der junge ist ja unheilig also der ist ja weit weit vor der ehe ist er ja zur welt und mutti sagt ich soll jetzt hier mal so du hab dich im internet gesehen und mit dem geld also mutti und ich wir haben dich immer lieb gehabt immer jung also du weißt wir sind immer für dich da gewesen und wir müssen jetzt hier wir müssen hier sonst müssen wir aus dem haus raus udo wir haben den masurati jetzt schon verkauft und udo denk an deine eltern dass du uns jetzt hier im internet verleugnest und dich doch mit einem anderen norm einträgst das sei noch verziehen aber dass du uns erstmal gar nicht erwähnst und dann noch falsches geburtstag und falsche geburtstag du bist in hamburg nicht geboren also wenn das jetzt keiner wissen sollte ist mir jetzt so rausgerutscht dein vater redet hier mit dir und redet dir ins gewissen wenn du noch eins hast ja konto 8 6 4 9 3 baugleitzahl 4 6 5 9 8 8 wie du sagst aber mindestens also wir brauchen mindestens 10 mille mit dem bordell das ist schiefgegangen da kommt die sitte und gesundheitsamt und ja es läuft nicht mehr und udo wir haben immerhin haben wir die damals auch immer noch tausendbrote klauen lassen also udo ich freue mich nicht gerade darüber dass ich jetzt so auf diesem weg wir hätten ja auch schon mal und also wenn du interesse hast meine handynummer ist aber nicht so wichtig wichtig geld udo in dem sinne mach das bitte und murdi steht in der kök und weint tschüss